Meine Kraft, die ich für meine Arbeit benötige, ich könnte jetzt sagen, die musst du erst mal haben, aber das klinge wieder arrogant. Aber so ist das eben. Ich sag gleich mal voran ab, der Donnerstag wird vermutlich noch langweiliger als jetzt der Mittwoch schon, vom Vlog her, weil ich eigentlich kaum was gemacht habe. Ich bin recht lange wach geblieben, aber das erkläre ich dann morgen. Also, ja, was habe ich gestern noch so gemacht? Das muss ich selber mal kurz überlegen. Das Schloss im Himmel habe ich gestern mal wieder angeschaut. Kennt ihr vielleicht den ein oder anderen von euch? Das ist ein Studio Ghibli-Film, ein richtig guter Studio Ghibli-Film. Ich bin heute relativ spät ins Bett. Ich bin erst um neune oder um halb zehne ins Bett gegangen und habe dann erst geschlafen und habe dann bis 16.30 Uhr geschlafen. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ich habe heute mal über der Alien 3 geguckt, also einen Film, werde jetzt dann gleich mich hinsetzen und Monster Hunter World zocken, vermutlich den Rest des Abends. Ja, und das war es dann eigentlich soweit. Wie gesagt, heute habe ich nicht wirklich viel zu tun, oder wirklich viel zu tun hätte ich schon noch, weil ich irgendwas zu machen habe. Aber ich habe nur wirklich viel, was ich sagen kann, was ich machen möchte oder machen soll, oder sonst was. Und ein kleiner Vlog. Es gibt eigentlich nicht wirklich viel zu sagen von gestern. Es war gestern mal wieder so ein typisch langweiliger Tag. Ich habe gestern vor allem Monster Hunter World gezockt. Ich war... War ich gestern einkaufen? Das ist eine gute Frage. Nein, gestern war ich nicht einkaufen. Habe mir aber gestern Abend dann zum Abendessen Spiegeleier gemacht. Und das war es eigentlich so, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Oh, immer am Fressen. Ja, von wegen. Ich habe den ganzen Tag nicht gegessen. Ich habe den ganzen Tag nicht gehalten. Ich habe den ganzen Tag Cordoba. Vielen Dank.